Wir machen heute, wer Erster am Ziel ist. Wir dürfen uns gegenseitig trollen, aber wir müssen uns mit Bedacht trollen, denn wenn einer in die Werkstatt muss, muss der andere auch in die Werkstatt. Let's go Leute, okay. Abgenommen. Ich hab die Verbindung zum Server verloren. Mach's jetzt los, schrei hier nicht so rum, hier sind Einfamilienhäuser. Er liegt wieder am Boden. Ich bin grad drüber. Ich bin wieder raus, du warst. Ach, scheiß am Boden drauf, Sebi, wirklich. Was geht meine Buddy-People und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube. Wir haben heute eine richtig coole Challenge gemacht. Wir haben gespielt Euro Truck Simulator, ich gegen den Sebi. Nur leider hat der Sebi wieder mal nicht hingekriegt, irgendwie die Dateien hochzuladen, da es noch funktioniert hat. Deswegen nur meine Ansicht heute. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Dom, ich stehe hier fast neben dir. Ja, hallo, nicht schumeln. Ich schummel nicht. Was ist denn das für ein Zackenball da hinten drauf? Wo ist der Zackenball? Ja, die Scheiße da hinten oben, die Zacken da. Ja, das ist für die Traktoren. Wer piepst denn da von uns zwar? Ich piepse nicht, oder? Das bist ja du, weil du im Rückwärtsgang bist. Okay, ich mehr. War ich. Du bist vorgefahren gerade. Ja, war ich. Ey, du cheatest, Dom, du bist schon drei Meter vor mir. Wir dürfen ineinander reinfahren. Ja, ich darf da ein bisschen vor, weil ich die erste Kurve ist in der Linkskurve. Sonst sind wir. Let's go, Leute. Dom, bist du ready? Ja. Wer zuerst, du darfst nicht vorfahren, ich darf, Dom. Hoppala, Digga, ich bin nicht auf der Bremse gestanden. Dann darf ich jetzt wieder hier mir fünf Meter holen. Auf die Plätze. Bist du ready, Dom? Ja. Oh, da ist ein Auto im Weg, Dom. Volles Risiko. Volles Risiko. Wir fahren hier durch. Das war knapp, aber gut gemacht, Sebi. Oh mein Gott, Alter. Was dann? Ich bin gerade drüber. Scheiße. Da ist Sebi. Er fährt genau gleich lang so wie. Was hast du gemacht denn da schon wieder? Ich seh da nur Blaulicht. Ich hab nichts gemacht, das war wer anderer. Ich seh dich schon. Was bleibst du denn da jetzt stehen? Ja, wenn da mir ein Auto entgegenkommt, Mann. Fahr doch weg jetzt. Achtung, rostiger Nagel überholt. Ja, okay. Ich komm nicht ran an dich. Dom, dein Chef ruft an. Du musst kurz telefonieren. Bei mir ist Blaulicht, ich hör's. Ja, würde ich jetzt auch hören. Warum ist denn der so schnell? Ey, so fährt man aber nicht in den Kreisverkehr. Egal, es geht um Speed. Faktorlieferanten, Alter. Oh, Sebi. Was? Ach, Mann, Alter. Ich bin voll in dich rein radiert hinten. Was ist denn los? Schrei hier nicht so rum. Hier sind Einfamilienhäuser. Die wollen alle schlafen. Sonst kapiert das. Wo, wo sehe ich, wie viele Kilometer ich mich noch vor mir habe. Digga, wir fahren noch 254 Kilometer, Sebi. 251, Dom. Ich bin nämlich drei Kilometer vor dir. Dankeschön. Die Leute, wir haben 50 Meter. Ich glaube, mein LKW ist schon komplett kaputt, Alter. www.ausreden. Digga, warum ist so viel Polizei in diesem Spiel, Dom. Was machst du denn da? Och, Mann, er fährt wieder so mutterseelenlangsam da auf. Wie so ein Intensivsrentner. Ich fahr hier wie ein Löwe, Alter. Noch 190 Kilometer. Wir sind gut vor, verdomme. Ich bin noch ein Zentimeter gefühlt hinter dir. Nein. Ey, was ist mit dem Truck? Geht's hier? Alter, kennt ihr nicht? Alter, auffahren lassen oder so? Domme bricht wieder alle Verkehrsregeln, die man brechen kann. Nice. Oh nee, ist hier nicht diese Mautstation? Ja. Oh nee. So, jetzt überholen wir Sebi. Fahrzeug-Fehlfunktion habe ich schon. Nice. Sagen wir mal. Ach, scheiße, Alter. Ich habe so fett verkackt. Mann, ich wollte ihn gerade überholen. Domme ist hinter uns. Ich habe gedacht, es gibt da eine zweite Spur zum Überholen. Bis der wieder 80 kmh auf dem Balken hat, sind wir schon wieder 9 Kilometer weit entfernt. Ach, Mann. Warum ist hier Stau? Wo ist Stau? Äh, ich weiß nicht. Alter, hier ist wirklich Stau. Ja, Stau, Stau. Oh, ich muss hier gut vorbei. Ich muss hier gut vorbei. Alla Jakarta. Das sind super Lamborghini-Traktoren. Oha, doch mal, wir haben Lamborghini-Traktoren. Die sind super teuer. Die kosten mindestens 60 Euro. Ja, ich habe keinen einzigen, ich habe keinen Schaden. Ich, ich auch nicht. Ich hole dich jetzt, Sebi. Spürst du schon? Ich komme! Ich bin hinter dir. Ja, du bist hinter mir und da bleibst du auch. Nee, ich komme jetzt. Du hast keine Chance gegen mich. Alter, warum bist du so schnell, Mann? So, hier abfahren. Ich wäre 80 jetzt. Scheiße, Alter. Was, wo, was macht der, Alter? Verwirrst du mich, oder was? Der verwirrt mich. Ich muss ihn hier überholen. Ich überhole ihn, Mann. Ey! Ey, 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 ey! Ey, mach hier keine Faxen jetzt. Halt dich an die Verkehrsregeln, oder? Mach jetzt keine Faxen. Digga, hier im Himmel ist gleich die Hölle los. Ich sag's dir, Mann. Alter, dein Auge ist hier, dass du hier... Ja, werfen, werfen. Ja! Ja, das kannst du dir... Nee, du bist Nazi. Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Ja, Simi, ich muss trotzdem in die Werkstatt. Was? Ja, wie soll ich denn hier rauskommen, wenn du Eierkopf? Ja, aber du hast keinen Schaden. Ja, aber wie soll ich hier rauskommen? Ja, du bist gefangen, ja. Aber du bist nicht kaputt. Du musst nicht in die Werkstatt. Ja, schön. Ich komme hier aber nicht raus. Warte mal, kann ich... Das kannst du mich belasten, Domme. Simi, ich bin hier mittendrin. Mittendrin. Wo soll ich denn hier raus? Nein, Mann. Simi hat gewonnen, die erste Runde. Simi hat die erste Runde gewonnen. Ich bleibe jetzt einfach mitten auf der Autobahn stehen. Because I can. Domme holt uns nie wieder ein. Ja, ich komme hier auch nicht raus, ey. So, Simi. Okay. Du sagst 3, 2, 1 und dann go. Also, so wie du da stehst, ey, ziehe ich das nicht als fair ein. Ich fahre, wenn ich der Äußere bin. Digga, Domme, du kannst nicht immer auf gleiche Höhe mit mir fahren, wenn du die innere Kurve hast. Ja, ich komme ja nicht mal um die Kurve hier. Wer schnell am Ziel ist. Jetzt mache ich dich aber sowas von platt. Du zählst drunter. Nee, du zählst. 3, 2, 1, go. Ich bin einfach in dir drin, Simi. Du bist in mir drin. Ja, schau doch. Das Gefühl war schön. Okay, let's go. Ja, bleib ruhig stehen. Bleib ruhig stehen. Ey, Domme, du überholst mich jetzt hier nicht, Mann. Ja, doch. Ich bin doch schon vor dir. Domme. Ey, was machst du denn? Ja, überhol mich nicht. Dräng mich nicht ab. Ich bin erst da. Ja, vor dir. Siehst du? Ganz easy. Er fährt hinten rein, Alter. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Du überholst mich hier nicht. Aus. Ich wollte mich nicht. So. Ja, fahr ruhig, fahr ruhig. Das ist falsch. Wieso ist das falsch? Weil das der längere Weg ist. Nein, ist das nicht. Doch. Was? Was laberst du? Ja, ja. Das sehen wir dann am Ziel. Hä? Du würdest mich doch nur irritieren, Alter. Nee, das ist der längere Weg, Sevi. Nein, das ist nicht der längere Weg, oder? Doch. Vielen lieben Dank. Du hast mich hier auf mal angenommen. Du fährst den gleichen Weg wie ich, Alter. Nee, fahr ich nicht. Du bist ein gottloser Goblin, Alter. Das stimmt ja gar nicht. Von was redest du? Doch, wenn du sagst, von was redest du, dann... Ah, da hinten sehe ich dich. Achtung, da hinten kommt der weiße. Ich hab die Verbindung zum Server verloren. Och, Sevi. Ich hab nix gemacht. Mann, ist das dein Ernst jetzt? Das ist nicht meine Schuld. Oh, mit Sevi kann man nicht mal... Mit Sevi kann man hier nicht mal eine Mission spielen, Alter, weil hier rausfällt. Ich hab gar nix gemacht. Bist du bei der Werkstatt? Ey, Leute, seid so krass. Ich weiß nicht, ich fahr jetzt einfach ins Ziel. Du hast gesagt, ich muss zur Werkstatt, ich fahr jetzt sofort weiter ins Ziel. Du bist gar nicht bei der Werkstatt. Doch, ich bin bei der Werkstatt. Sevi hat gecheatet. Ich bin bei der Iveco. Beim Iveco-Händler bin ich. Ja, in die Werkstatt, nicht zum Händler. Ah, nochmal, Peter, wieder schneller. Nice. So brauchen wir es. So ist gut. Domme, kann das sein, dass du gar nicht mehr mit mir redest? Wirst du nicht mehr kommunizieren mit mir? Oder... Bist du... Domme, hallo. Ja. Was macht denn Sevi schon wieder? Ja, ich bin ja beim Einparken. Und ich kann's halt nicht. Ich kann's nicht, dieses Einparken, Mann. Ist hier der... Wo ist denn der auch? Och, Sevi, wo fahr ich denn hin? Ich weiß das nicht. Du fahrst falsch, Domme. Ja, danke. Hey, vielen lieben Dank. Oh, hier ist eine geile Startposition, Domme. Ja, ich komm doch schon. Komm her, Domme. Ja, ich komm doch schon. Okay, drei, zwei, eins. Go, 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 go. Komm, Sevi, komm, komm, komm. Die ersten Meter sind die wichtigsten, Alter. Ja, die hast du noch eh, weil du Automatik fährst. Ich fahr hier ein Löwe, Scania, Beste, Alter. Du fährst Automatik, Alter. Scania, der King auf der Rille, Alter. Das ist der Beste. Ey, du fährst hier wie ein Bekloppter. Vollkommen egal. Ich fahr ins Ziel, Alter. Komm, Sevi, fahr, 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 fahr. Was machst du denn hier? Scania auf die Eins. He, 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 he. Hey. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, Alter. Ja, wenigstens hast du dich selbst getrollt, ey. Ich sag's dir. Oh Mann, wie langsam fahren wir denn hier hoch? Krieg ich auch eine Strafe, wenn ich mit Fernlicht durchs Vorortgebiet fahre? Igor, danke. Genau. Du bist die mit Abstand größte Be... Ich mein Leben hier... ...quer auf der Autobahn. Bist du auch gestorben? Ey, ich bin auch gestorben. Ey, warte mal. Wir müssen schauen, dass wir in die gleiche Werkstatt kommen jetzt. Jetzt warte mal. Nein, ich warte nicht. Ich muss weiterfahren. Ey. Erhol das nicht mehr ein, Alter. Ja, wenn ich schneller in der Werkstatt bin, dann bin ich auch schneller fertig. Ja, ja, ja. So war das nicht, wir redet hier. Chef, ich nix kommen, arbeite ich fahren. Ey, wir müssen CB... Was ist denn hier? Wir müssen Platz 10 holen. Hier ist ein Auto quer. Ja, das war ich wahrscheinlich. Vielleicht habe ich dir was in den Weg gestellt, dass du hier... Oh, doch mal, das ist im Dunkeln richtig gruselig, wenn du mich da jagst, ne? Ich bleibe immer bei den Standardeinstellungen, Alter. Sonst mache ich was verkehrter und dann kann ich nicht mehr blinken oder so. So, hol ich dich ab. Nichts hält mich am Boden. Wieso überhaupt? Wieso holt er mich mal ein? Ich verstehe es nicht, warum er so schnell ist. Bleib mal stehen jetzt. Nein! Wir sind wieder genau am gleichen Punkt wie vorher. Ja, gottlos, Mann. Ja, was fahrst du auch in mich rein? Warum steht hier wieder ein Bus mit der Fahrbahn? Boah, ich krieche über die Autobahn, Mann. Und du holst mich schon langsam wieder ein, ey. Das ist so gottlos, Mann. Was fährst du denn da vorne so wackelig? Ja, ich habe Angst. Leute, der holt mich ein, der hat mich gleich, Mann. Der ist mir hier auf den Fersen der rostige Nagel, Alter. Was soll das? Ey! Er liegt wieder am Boden. Sebi, siehst du das hier? Was sehe ich? Wie ich hier hier davon fahre. Warte kurz, Domme. Ich warte hier gar nichts. Ich möchte schneller in der Werkstatt, ich kann schneller wegfahren. Ein Stimme. Meine Sitzung ist beendet. Ich wurde rausgeworfen, Alter, weil ich gecheatet habe, Mann. Oh, Sebi! Sebi, was ist denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Du bist doch jetzt hier drinnen wieder, oder? Du bist doch ganz woanders wie ich. Wie viele Kilometer hast du noch vor dir, Domme? 203. Ich habe jetzt noch 240, okay? Ja. Alles gut. So, Domme, wo bist du? Ich habe noch 260 Kilometer. Wie kannst du denn 260 Kilometer haben? Das ist eine Lüge. Ja, stimmt. Ja, du bist hinter mir. Ich sehe es doch. Der gottloseste... Ja! Der Sebastian? Sind Sie im Wald gelandet, oder was? Du landest gleich im Krankenhaus, Alter. Jedes Mal dieselbe Kacke mit dir, Mann. Ja, was überholst du mich denn auch? Domme ist echt ein gottloser Goblin, Leute. Ja, ist das schön. Jetzt ist mal Zeit hier für... Was ist denn jetzt los? Sebi, ich werde müde. Ja, Domme, weißt du was? Ich werde... Ich werde... Ich bin wieder rausgeworfen. Ach, Scheitern. Wo drauf, Sebi, wirklich? Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Gerne einmal unten auf den Folgen-Button tippen. Daneben auch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Nettes Kommentar da lassen für den Algorithmus. Da unten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt uns gerne irgendwelche Spiele in die Kommentare, die wir noch spielen sollen. Ja, macht das gut. Tschüss. Ciao. Und reinge auf. Ciao.